Zwei Jahre harte Arbeit liegen hinter uns. Wir haben uns beworben um die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2017 in Deutschland und Frankreich mit den großartigen Städten Paris, Köln und den tollen Arenen dort in Paris-Persille und in Köln. Wir haben den Zuschlag erhalten, wir freuen uns riesig. Das ist für das deutsche Eishockey und auch für das Eishockey in Frankreich eine unglaubliche Herausforderung, aber eine große Herausforderung, die wir gerne bewältigen wollen und wir begrüßen schon heute alle Zuschauer in 1450 Tagen in Deutschland, Frankreich, Paris und Köln.